Welche Aktivitäten, gegebenenfalls Sport, kann man mit einem künstlichen Knie nachgehen? Allgemein sagen wir und empfehlen wir kontrollierte, geführte Bewegungen. Wozu zum Beispiel Klettern gehört, Schwimmen, Walken und Sportarten, die es Ihnen ermöglichen, ohne schnelle Geschwindigkeitswechsel sich zu bewegen. Wozu selbstverständlich auch Skilanglauf gehört. Wir haben viele, insbesondere jüngere, sehr aktive Patienten versorgt mit dem minimalinvasiv eingebrachten Oberflächenersatz. Diese Patienten führen Sportarten durch, die ich an sich nicht so gerne erwähne. Es sind zum Teil Kampfsportarten. Es ist zum Teil alpines Bergsteigen. Sie sehen daran, dass Sie mit dem stabilen, gut beweglichen Knie nahezu alles wieder machen können. Wir empfehlen nur wegen der erhöhten Verletzungsgefahr risikofreiere Sportarten. Haben Sie Beschwerden mit Ihren Gelenken, mit Ihrer Hüfte, mit Ihrem Kniegelenk? Haben Sie Einlaufschmerzen? Würden wir uns freuen, Ihnen kompetente Hilfe anbieten zu können im Endocenter Frankfurt. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 069 78 80 2702 oder kontaktieren Sie uns über das Internet www.endocenter.de. Wir freuen uns darauf.